Weiter geht es mit dem Type 68. Der Panzer sieht nicht nur unfertig aus, der ist auch unfertig. Da sehen wir gleich warum. DPM ist für 9er Heavy echt gut. Alpha Schaden auch richtig gut. Genauigkeit auch gut. Aimzeit ist für die Genauigkeit etwas zu lange, weil man sich halt tot aimt. Hat auch wieder die Cooldown und die Hydraulikmechanik. Die Hydraulikmechanik ist das hier. Dass der vorne runter geht oder auch hinten hoch geht. Dass man halt mehr Richtbereiche hat. Die Genauigkeit ist halt Bombe für den Panzer. Den kriegt man mit dem richtigen Equipment. Wollen wir kurz ausrüsten hier. Das hauen wir rein, das rein und geben wir den Waffenbruder. Kommen wir auf 0,24. Kriegt man auch auf 0,22. Also das ist sehr, sehr gut. Okay. Gehen wir ins 3D-Modell rein. So. Da sehen wir schon, warum unfertig. Der Panzer hat keinerlei Oberwanne. Der Panzer hat keinerlei Unterwanne. Der Panzer hat hier Defizite im Turm. Kupola ist kein Weakspot. Dafür hier im oberen Drittel links und rechts. Der Panzer kann nicht Sidescrapen. Der Panzer, im Prinzip Panzerungstechnisch, hat er keine Panzerung. Für den Heavy viel zu wenig. Mit Gold wird es noch schlimmer. Im Prinzip, dass diese Weakspots da oben werden größer. Aber im Grunde kommt man überall durch. Das ist jetzt auch kein Fahrzeug, was ich so fahren würde. Das ist halt für Sammler. Ja, aber für alle anderen geht es. Neuanfang oder so ist der Panzer, den man spielen sollte. Das ist jetzt auch ein Fahrzeug, das ist ein Fahrzeug.